Hallo, hier ist der Campino von den Toten Hosen bei uns Düsseldorfer zu Hause in der Arena hier. Hier soll am 13.10. das letzte Konzert unserer aktuellen Tournee stattfinden. Wir freuen uns sehr, das Endi hier begehen zu können. Das ist für uns als Düsseldorfer eine Selbstverständlichkeit in der eigenen Stadt aufzuhören. Mit einem Riesenknall soll ein besonderes Konzert werden mit vielen Freunden, mit anderen Musikern, die auch aus der Gegend kommen. Aber auch internationaler Unterstützung und wir hoffen, dass wir das zu einem großen Abend für alle machen, die kommen werden.